Was? Jetzt will ich aber eine 10 sehen, Fritze! Wir haben hier irgendjemanden mit der Pfahlschaltung auf der Stuttgart, da könnte wir haben jetzt viele Schaltungen, die hier haben, die hier in einer Zeit schalten Das ist ein schönes Flieger, Olaf. Sieht gut, ja? Ja, würde ich mir auch kaufen. Wieso hast du deinen nicht mit? Vielleicht wäre der besser entgangen. Holli, was für ein Motor sitzt da drin? 170 DME. Die ist etwas thermisch, aber nicht viel. Das ist auch ein bisschen super. Ich hatte den auch in der ganzen Zeit, ein bisschen in der 1,20 Meter in einer Höhe. Ja, das ist zu beseitigen. Das ist die ganze Zeit. Das ist kein Rollbox. Das ist nach Sailor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.